Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geek of Legends auf dem japanischen Server. Ich spiele Gnar. Wir haben einen Rise Mittel. Das ist da einer Alistair-Bot und Amy kommt mit mir drauf. Ich glaube die Musik ist ein bisschen laut. So sollte es besser sein. Glaub ich. Was sagt OBS dazu? Bisschen zu leise vielleicht. Stellen wir es auf 35. Sollte laut genug sein hoffentlich. Ansonsten bin ich ein bisschen lauter wie die Musik. Aber das ist ja auch wurscht. Ah ja. 6.11 Patch ist draußen glaube ich. Oder? Ja. Ist irgendwie gerade eben was draußen bekommen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Punchy Server vorhin für eine Viertelstunde daun. Dann dachte ich mir so. Okay. Wollte mich verarschen. Jetzt wo ich aufnehmen will. Ja. Aber naja. Hat der Timo seine Q als Access geskillt? Oder seine B? Seine Q. Interessant. Egal. Fangen wir erstmal an zu fahren. Der Timo ist alleine auf der Land. Die haben Amomo Jungle. Weil die haben DeBlaw Support. Das ist ein bisschen cool. Ja. Leinde mich. Ja. Ja. Wie groß ist das? Ja. 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 Oh Mann. Ja. Ja, ja. 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 Da ist wirklich ein paaroly. Ja. 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 Das war's für heute. Timo lacht einfach ab. Wie blöd. Tadam. So schlecht. Ich würde nicht mehr lachen, wenn ich ihn normal ruhig sehe. Ich würde nicht mehr lachen, wenn ich ihn normal ruhig sehe. Ah ok, sie hat das Cord-Arten dabei. Ja dann. Ich meine, theoretisch braucht sie ja Gold, deswegen habe ich mich gefragt, wie sie das macht. Okay. 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 Das war's für mich. Lass mal schreiben, dass sie gerne ein paar Leute über Q-Last hätten können, weil ich mit meinem Finger habe, dass er die Begründung kommt. Da war ein bisschen blöd, dass er da gekommen ist. Ach, bauen wir mal ein Stinger. Ja, das ist ein Complete-Item. Ich sehe schon. Das ist das Programm. Fuck, das war ein Old-Head. Fuck. GG. Egal, natürlich, dass ich was falsch erkam. Easy. Ich wollte den Last hätten. Fing sagt nein. Fing sagt nein. Wulf. Genau. Guck. Www. 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 Ich weiß nicht, was ich hier getötet habe. Ich wollte das zurück, wenn ich jetzt frei bin. Ich wollte nur meine Pfad schlucken und nicht auf R.I.S. gehen mit meinem B.L.C.A. Ich weiß nicht was ich zur Zeit habe. Ich weiß nicht was ich zur Zeit habe. Das ist das gut. Das ist gut! Ich finde schon blöd, dass ich einfach nicht Level 10 bin und gegen Level 10er spielen kann, die dann natürlich Smite haben zum Jungeln. Das ist nicht so das Allerbeste. Aber was wollen wir machen? Ich habe sowieso schon 10 Minuten gewartet, weil nachdem es gehabt hat, dass der das war, wollte ja schon immer niemand mehr. Nein, irgendwie, nicht. Wow, das war knapp. WTF? Der hat mich nicht mal getroffen, obwohl ich... Ich habe nicht mal hingeschaut. Ich dachte, die sind nicht so schlau. Egal. Warte, ich habe jetzt weg. Was kaufen? Oder davon? Ich meine, um Trafos bringt mir halt das Mana ziemlich wenig, aber das sind 250, oder? Ja. Ich meine, man kann es ja mal wieder probieren. Ich hoffe, das hat man viel gebaut auf Gnar. Früher, als er rauskam. Ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her, oder nicht? Das ist schon tryk. Ich muss mich nicht mehr teilen. Der ist nicht gut. Es reicht schon. Es ist nur ein Fenster. Ich kann nicht mehr da halten. Es ist nur ein Fenster. Ich weiß nicht. Ich mag mich nicht mehr nur vor der Fenster. ok ich meine jetzt hat er so ziemlich null pils ich weiß gar nicht was das bedeutet, aber finde ich ok es sieht manchmal so aus, als würde man die Q weiterfliegen als das in Wirklichkeit tut alter der ping der macht mich noch fertig das ist die beste Antwort darauf oh man ja wow da ist jemand salty habe ich gehört okay das war Blut für mich ja 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 hey what ich dachte der Timo hat dp hat er auch Also, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, man hat es gesehen. Okay. Ein Item habe ich zumindest mal. So, Momo. Auf deiner, einfach flimmend über den Ober. Cha-ta-da. Okay, kein Ulti. Finde ich okay. Meine Ulti finde ich okay. Das ist ein guter Trade. Ja, unser Tower ist gut. Auf top lane. Ich meine, bin nicht mal schulder. Ich bin nicht mal schulder. Ich bin nicht weg. Zum Glück stehen hier noch keine Schuhe. Jetzt steht hier einfach immer so. Oder auch nicht. Ach ja. Da hat er einen Pink-Roll-Spitzen. da kommt. ob es nicht mehr so geht, ob es hier noch nicht mehr so geht. Aber ich kenne es. Ja, was denn? Easy. Das hätte er, glaube ich, nicht erwartet. Ja, schon gut. Man muss auf alles gefasst sein. Ach, komm schon. Nimm mir die Sekunde länger. Und ich hätte ulten können. Leider nicht so ganz, hat leider nicht so ganz geklappt. Weil ich halt auch nicht tanky bin. Nicht das ist das Problem, man. Töne ich mir vor, das macht er nämlich nicht tanky. Okay, geht noch mit ihm. Oh, ich weiß. Ja, das lief nicht so gut. Schade. Ja, das war nicht so gut von mir. Ich hätte da einfach nicht reinspringen sollen. Tja, passiert. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Okay. Der Timo schon hat da ein bisschen genervt. Ja, da steht ganz sicher noch ein Timo schon drin. Da steht ein Ward. Ich greife nicht den Ward. Okay. Okay. Das ist nicht so gut. Er sieht schon aus mit Tristana. Er selber ist schon ziemlich okay als Spieler. War jetzt nicht perfekt. Ginge besser. Trait würde ich trotzdem als okay einstufen. Ich meine klar, 2 zu 3 ist jetzt nicht überragend, aber kann man machen. Ja, Momo ist halt schon Level 15. Er ist richtig gefedert. Ja, verdammt. Wow. Okay. Schaden. Ich kann halt auch nicht so viel treffen von meinen Skyshots mit dem Ping. Das ist eigentlich toll. Wir sind halt so, verstehe ich da alleine? Okay, wir haben CC. Das ist eigentlich ziemlich okay, aber wir können halt nicht so viel auf einmal fighten. Ich sparte einfach mal. Top lane zum pushen. Da kommt Papa. Hätte ich jetzt Deathfire... Äh, nicht Deathfire, äh... Grasp of the Undying. Und er wäre nicht so gefedert, dann ging das viel besser. Aber ich meine, der... Der läuft einfach nur in mich rein und ich bin fast tot. Das ist so dumm. Oh man. Ne, der Momo ist richtig gefedert. Das ist nicht gut. Ja. Dann hat er gleich noch nicht mehr. Ja. Dann kann man auch nichts machen. Lähl. Lähl. Oh Gott komm schon. Was ist denn der Putz da? Ich meine, das machen wir von meinen Cookies, bringt mir nicht hier, aber YOLO. Das war in order to take the view. Ich will destroy all Cookies. ja nun mal hat drake gemacht, weil er einfach gefeiert ist dann sind wir wieder der jungler und wir haben nicht mal einen jungler das ist halt nicht so optimal das Problem ist, dass er am oben ist ja genau wieso stand der Alistair überhaupt so weit vorne war total fair naja das sind halt noch nicht alle Level 30 es ist halt einfach unmöglich, dass alle Level 30 sind mit denen ich hier spiele was ist denn los? ich weiß sie könnten es theoretisch auch eine Mahnung sagen aber ich glaube sie sind weniger zumindest nicht alle naja so da sehen wir jetzt positiv stille Bloor kann nicht so gut spielen sonst hätten wir wahrscheinlich schon ewig verloren Junge die machen gerade Baron nicht Alter wieso sind die zu Baron gelaufen sind aber nicht bei Baron ok ich steck vor ok ich steck vor ich steck vor ok da war eine Mumu Leute da war eine Mumu da war eine Mumu die können wir nicht halten können wir nicht halten naja aufgeben müssen wir jetzt das wird nicht ich hätte ein bisschen blöd dass er eigentlich die Tustillerüfe von allen ist was ich mach nicht mal den Stack drauf wenn er mich blindet so kleine oh man so fail oh leil hätte ich zuerst eh machen sollen das ist halt immer noch ein Tor der 2 Damage machen kann das ist halt jetzt auch nicht so gut für ihn ja der Ton von Liga vielleicht schon grad ein bisschen hoch ok ja da sollten wir treffen können nicht und das ist so richtig komisch wenn man so schnell angreift aber da selber einfach hinterher lag what ok f*** dich f*** dich f*** dich f*** dich f*** dich f*** Timosho f*** dich f*** dich f*** dich f*** dich ja da bin ich natürlich instant tot wenn der kommt f*** dich einfach nur bei der Level 18 hast und ich gerade mal Level 15 zog lol der Crit der Crit war real Best Flash ja wieso nicht ich mein das hätt ich noch bekommen ich spreche dagegen Ich brauche jetzt auf jeden Fall das. Ein Benjis. Ansonsten überlebe ich gar nichts mehr. Ich hätte schon gerne noch das hier. Das würde ich verkaufen. Ich kann mir davon leider nichts kaufen. Oh oh. Okay, nicht so gut. Oh du schön. Ich habe ein Ding nicht gemessen. Oh, eigentlich toll. Das ist dumm. Da kommt man. Alter. Er ist einfach gedocht. Ja, ich meine. Ich wäre sowieso nicht mehr weggekommen. Bin viel zu langsam für den Amumu. Amumu ist einfach broken gerade. Vor allem weil er Vollbild ist. Und wir nicht. Das ist ein bisschen bad. Aber nur ein bisschen. Nice. Ich habe gerade nur so überlebt. Kann man so machen. Muss man auch nicht. Amumu, damage to high. Oh leil. Er ist dann unterm Tower. Nein, ich will immer noch nicht aufgeben. Junge. Ich komme nicht mal mehr weg. Einfach nur. Weil der Timo von da kam. Bin ich nicht mehr weggekommen. Also ich meine wäre rausgekommen. Dann hätte ich nichts gesagt. Aber komm schon. Ich kann sich auch ein bisschen mehr bewegen. Oh man. Ist sogar... Ja, die Medien sind schon besser als die LeBlaw. Aber die LeBlaw kann auch so wenig gepushen. Ist halt schon so ein bisschen blöd gerade für uns. Jetzt bekommt er am Moment auch das Motion Break. Wir sind Jami nur der 40 und die haben noch nicht so die Dragonspawn. Das ältere Dragonspawn. Das ist ein Timo. Das ist ein Timo. Der Amumu war viel zu laut um uns alle zu töten. Deswegen haben wir gerade den Fight richtig hart gewonnen. Das war mal ein guter trade. Wir haben vier getötet, die nur einen. Ich sollte meinen Blade auf den zweiten Slot legen. Dann kann ich es auch benutzen. Das ist eine Mumu. Das war so der Typ, der das ganze Team von uns zerstört hat. Und der ist jetzt einfach tot. Das war's. 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 Ich habe einfach einen geflasht und geholfen. Warum kann ich Kennen-Free2Play sein? Den kann ich so gut spielen. LOL. Oh oh. Oh man. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich meine, aufgeben brauchen wir deswegen nicht, aber es ist einfach nicht gut, dass wir alle tot sind. Pass auf Alistair. Ja. Ich glaube, wir haben so ein Zimmel verkackt. Surprise. Bloß um die zu töten, kannst du nicht unsere Exos Tower fallen lassen. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Trinket-Spools und Sterrax oder Hex-Drinker wäre nicht schlecht. Ich glaube ein Hex-Drinker. Weil der Momo halt am meisten Schaden macht von denen. Klar, von einem kriege ich... ...ein Schild, aber die machen so ziemlich das gleiche. Bei einem kriege ich ein Schild, bei dem anderen kriege ich Magic Assist und ein Magic Damage Shield. Das ist, glaube ich, schon effektiver gegen das Team. Ja, solange da kein Amumu ist, ist alles gut. Amumu ist so ein bisschen... ...op. Wie schön ist, ich kann gut gegen pushen. Okay, der Amumu soll tot sein. Nice. Okay. Amumu ist tot. Das heißt, sie haben auf jeden Fall nicht so viel Kill-Pressure auf alle von uns. Ristana kann mit... ...Lusion... ...Libla umgehen. Teemo... ...stirbt einfach durch... ...Alister und Ryze. Kay stirbt einfach durch Alister und Ryze. Okay, da kommt Teemo. Der eigentlich größte Gefahr für unseren ADC. Mit Ausnahme von... ...Amumu natürlich. Okay. Ah, das war eine blöde Idee, das zu kaufen. So rum. Ist besser. Dann habe ich mehr Magical Assist. Ich meine, mehr AD ist jetzt auch nicht schlecht, aber... ...meer Aushalten ist halt gerade doch effektiver. Wow. Die macht schon was. Nice. Keiner gestorben. Und wir haben trotzdem... Amumu. Alter. Da ru... Da räumt sie ab. Läh. Good Job. So wollte ich das sehen. So geht das. Jo, Leute. So machen wir das. So machen wir das. Ich meine, die Kay darf jetzt eins gegen fünf walten. Oder bot pushen. Die kann das nicht deathen. Sie kann das nicht deathen. Egal was sie tut. Sie kann das nicht deathen. Du sagst. Außer er tötet jetzt einen mindest Eiling mal kurz. Ja. Sollte vorbei sein. Good job. Nice! Das war ein schönes Spiel. Was laden wir daraus? Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.